Hey Leute, in diesem Video fährst du mal wie mein Word eigentlich so ein automatisches Abbildungsverzeichnis erstellen und die Beschriftung hier sogar richtig formatieren und mit dem Bild gruppieren kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe in meinem Dokument jetzt einmal zwei Bilder hier drin, welche ich einfach mal noch beschriften muss. Hierfür auf das entsprechende Bild draufklicken mit der Maus, einen Rechtsklick machen, auf Beschriftung einfügen gehen und jetzt kann ich hier oben auch schon die entsprechende Beschriftung einfügen. Bei mir mal Doppelpunkt Erdmännchen, das schaut gut aus. Nun kann ich auswählen, ob es eine Abbildung wie in meinem Fall ist oder vielleicht sogar eine Tabelle. Abbildung passt auf jeden Fall, auch die Position finde ich relativ gut und nun kann ich das Ganze noch mit OK bestätigen. Und schon sehen wir hier unten drunter Abbildung 1 Erdmännchen. Um zu testen, ob sich meine Nummerierung hier meiner Abbildung automatisch mit abändert, gehe ich mal in mein erstes Bild rein, beschrifte auch dieses wieder. Beschriftung einfügen, Doppelpunkt Giraffe, bestätige es mit OK und wir können sehen, dass hier meine Giraffe jetzt Abbildung 1 ist und das Erdmännchen automatisch auf Abbildung 2 rüber gesprungen ist. Um mein Abbildungsverzeichnis hier drüben noch einfügen zu können, klicke ich mal an die entsprechende Stelle hin. Dann gehe ich hier oben in den Reiter Referenzen rein und kann hier rechts einmal Abbildungsverzeichnis einfügen auswählen. Hier habe ich jetzt noch die Möglichkeit verschiedene Formatierungen vorzunehmen, wie zum Beispiel, dass ich das Ganze ohne Seitenzahlen mache. Ich möchte diese auf jeden Fall drin lassen, auch die Füllzeichen lasse ich mal, weswegen ich das Ganze jetzt mit OK bestätige. Und schon können wir sehen, dass mein Abbildungsverzeichnis hier automatisch mit diesen zwei Abbildungen bzw. Beschriftungen eingefügt worden ist. Wenn sich in meinem Dokument jetzt irgendwas mit den Abbildungen ändert, zum Beispiel es kommt eine neue hinzu oder ein Bild rutscht einfach auf die nächste Seite runter, dann müssen wir unser Abbildungsverzeichnis einmal noch aktualisieren. Hierfür einfach mal draufklicken, einen Rechtsklick machen und auf Felder aktualisieren gehen. Jetzt noch entweder nur die Seitenzahlen aktualisieren oder das gesamte Verzeichnis. Ich mache mal das gesamte Verzeichnis, bestätige mit OK und wir können sehen, dass sich die Seitenzahl hier bei unserem Abbildungsverzeichnis 2 Erdmännchen auf 3 geändert hat, so wie es ja auch sein sollte. Um unsere Beschriftungen hier noch formatieren zu können, gehe ich am besten einmal hier rein. Dann muss ich auf den Reiter Start klicken, zu Formatvorlagen rüberwandern. Hier meistens noch auf weitere draufklicken und schon sehen wir, dass wir hier unsere Formatvorlage Beschriftung haben. Hier mache ich mal einen Rechtsklick drauf, gehe auf ändern und jetzt kann ich hier wirklich alles mögliche einstellen. Zum Beispiel einfach mal meine Schriftfarbe hier oder ich mache auch das Ganze etwas größer. Nur noch mit OK bestätigen und wir können sehen, dass sich wirklich die Beschriftung unter jeder Abbildung automatisch geändert hat. Falls du deine Abbildung hier mit der Beschriftung gruppieren möchtest, wirst du feststellen, wenn das Ganze jetzt zum Beispiel vor den Text ist und du das Bild verschieben willst, dass ich hier keine Möglichkeit habe, das zu gruppieren, da meine Beschriftung nicht als Textfeld erkannt wird. Und hier gibt es einfach auch noch einen kleinen Trick. Wenn ich mein Bild hier jetzt in Word nämlich einfüge, ist es wichtig, dass ich noch keine Beschriftung einfüge, sondern zuerst das Ganze einmal vor den Text stellen. Damit kann ich jetzt mein Bild nämlich dementsprechend verschieben. Es muss nicht unbedingt hier drüben sein, sondern ich schiebe es mal hier rüber. Und jetzt kann ich nämlich mit dem Rechtsklick wieder eine Beschriftung einfügen. Abbildung 1 steht drinnen. Ich nenne es wieder Giraffe, das passt auch. Bestätige mit OK und wir können sehen, dass die Beschriftung als Textfeld unter der Abbildung eingefügt wird. Nun mit der Maus auf mein Textfeld einmal draufklicken, die Steuerungstaste von der Tastatur gedrückt halten und jetzt kann ich nämlich auch noch meine Abbildung darüber auswählen. Somit sind diese beiden Teile ausgewählt. Ich kann einen Rechtsklick drauf machen, gehe auf Gruppieren, klicke noch Gruppieren und schon können wir sehen, dass das Ganze automatisch zusammengefasst wird. Und ich kann es jetzt je nach Belieben hier schön verschieben und wenn ich auch mein Inhaltsverzeichnis wieder aktualisiere, wird dieses richtig dargestellt, so wie es sein sollte. Und somit haben wir jetzt auch schon im Word unser Abbildungsverzeichnis richtig erstellt. Mich würde es noch brennt interessieren, für welches Projekt bzw. für welche Arbeit du das Abbildungsverzeichnis hier drüben benötigt hast. Bei mir war es auf jeden Fall das erste Mal die Bachelorarbeit und deswegen schreibe es mir gerne mal unterhalb dem Video in die Kommentare rein. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.